Okay, das muss jetzt zu schaffen sein. Jetzt springen wir drüber. Ich hab's trotzdem nicht geschafft. Ey, sogar mit ein bisschen Push hat das nicht funktioniert. Scheiße, ey, das ist eine Farce, Mann. Hallo Leute, herzlich willkommen zur 14. Folge. Let's survive. Ja, letzte Folge haben wir ziemlich lustige Sachen mit Leitern gehabt. Und witzige Parcours und alles mögliche. Und jetzt haben wir gerade irgendwie so ein kleines Problem mit dem Hebel. Dürfen wir den jetzt abbauen oder nicht? Ich hab ihn mitgehen lassen. Ich mein, sollen wir jetzt nicht alles durchgucken hier irgendwie, ob der... Ah, drücken wir nochmal auf den Hebel. Drücken wir nochmal auf den Hebel. Äh, er hat den gestorben. Ich bin mir ganz sicher, dass man den nicht abbauen kann. Ja, oh, ähm, ja, genau. Du hast ja die Regeln gelesen. Ja, ich hab den nur nicht aufgebaut. Hast du gedrückt? Ja. Warte, Leto, du sollst da bleiben. Okay, das gedrückt, okay. Ja. Guck mal nach. Dann lauft immer zu der Tür. Hier ist die Tür auf und hier ist noch ein Hebel. Ja, okay, dann ist jetzt bei mir die Tür aufgegangen. Und hier ist ein Hebel drin für die Tür da hinten. Alter, hast du dir Licht gemacht? Also jetzt hab ich ein Hebel für die Tür da hinten. Da könnt ihr den einfach drücken, dann bleib ich bei der Leiter. Ich hab keinen Bock, diesen ganzen Gang nochmal zu gehen. Oh man. Dann packt er schon. Yeah. Oh, Licht. Ja klar, teleportet er sich einfach. Der Gang ist lang. Und cool. Ich bin nicht hier. Ich bin ein Stückchen vor der Leiter. Ey. Das sch... Wow. Die Gänzbolzen. Scheiße. Ich bin auch so trotzdem hoch, aber trotzdem. Du sollst keine Blöcke abbauen, Armin. Ey, ich möchte dich nicht abbauen. Hä? Er kommt, er kommt, er kommt. Bleib stehen, er kommt, er kommt. Da, da. Geht, Armin. Hö, 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 hö. Lass Armin mal vor. Heyo. Free man, ja. Ah, hier ist eine Kiste mit Goldbarren. Okay. Wir müssen eine Kiste finden. Ich hab einen Hebel. Da muss ein Schalter. Ey, hier, 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 Obsidian. Und, wo hast du das aufgesagt? Ja. Nicht schlecht. Weiter, was? Schitter. Ich muss das mal lesen. Ich weiß es, ich weiß es. Nein, doch nicht. Ich weiß es. Ich weiß den Coach. Wieso weißt du den Code? Weil der da einmal stand. Hättest du das mal... Oh, scheiße. steht er erstens Prozent wo stand der Code abgestattet an den vier Zieren da Prozent der Schläger absteuert Eckenbach ich leidete bei Helfer ich bin auch so ein Zoller so es war eine Wurde kürzelt hallo ein hallo magst du hallo abends kopf er ist ein schwein ohne kuh mein welcher denkt irgendwie so ein bisschen im boden meins auch nein die bürger die türen Ich bin einfach nur so runtergesprungen. Ich hab nicht gewusst, dass da irgendwas ist. Oh. Sind wir jetzt alle hier, oder was? Nein. Hey, wo sind wir? Ah. Wee. Ah, zum Glück haben wir uns jetzt die ganzen Checkpoints aufgemacht, ne? Haben wir? Haben wir. Super. Oh, ne. Nicht da schon wieder. Ich mein, sollen wir einmal mit Game Overdome durch? Haben wir ja schon alles, ne? Oh, fuck. Oh, jo. Ich hab dich nicht hier noch gemacht. Ich flieg da mal kurz rüber. Ja, dann. Ja, warte ich hier. Ihr könnt euch gleich zu mir tippen. Ich sag euch Bescheid. Jetzt wäre das ziemlich optimal, wenn ihr das tun würdet. Ich glaub hier durch die Weltgeschichte. Ich hör das. Ich flieg durch die Weltgeschichte. Sammeln unsere Sachen dann. Ah, ne. Wenn wir dann. Ach so, treffen schon gut. Ich bin fast da. Ich fahr schon wieder so ein Mini da rüber. Ich bin da. Äh, ich würd mal sagen, ich spring von hier auch gleich. Wow. Das war knapp. Ähm. Wieso warst du schnell da? Nein! Ich bleib als Backup kurz hier. Okay. Wow. Jetzt gleich verschlägt man doch gar nicht. Jetzt bleibst du hier. TP dich und dann. Ähm. TP. Wäääh. Fratsch. Einer muss jetzt Backup sein. Ich mach jeder. Ich bleib hier morgen. Spring. Ich hab's bis auf die Linie geschafft. Äh, ich hab's gemacht. Ich bin hier heil und neunbekommen. Ja, klar. Geschafft. Cool. Ich glaub, dass die Welt zu Ende oder so. Wäääh. Wäääh. Ja. Ich bin jetzt Spaß. Das macht er. Spring mal runter. Okay. Wie jetzt? Ist das jetzt ne Jump? Ich glaub, da ist ja nichts. Ich glaub, die Map ist schon durch. Ja, das war's. Ja, das war's. Huiiii. Das ist irgendwie traurig, wenn man in der Map zu Ende geht. Ja. Muss man wieder ein neuer finden. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Wäääh. Ja, man muss schon mal verabschieden. Ohne wird sich versucht, den Sprung jetzt nochmal. Also irgendwie schaff ich das nicht. Ich will nicht sagen, dass das Sprung... Wir können... Wir können ja einfach jetzt irgendwie nicht stehen lassen, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Ja, genau. Ist so. Und das ist ein Land, wenn wir noch alles hier jetzt alle als Cheater abgestempelt. Schon wieder mal bis zur Linie. Echt? Ich meine echt, wie soll man das schaffen? Und wieder bis zur Linie. Das fehlen irgendwie zwei Blöcke. Oder der hat sich ein bisschen verbaut. Um zwei Blöcke. Oder die Map ist einfach ein bisschen um zwei Blöcke verrutscht. Hä? Ein Block fehlt mir immer. Ja. Mir fehlt... Ja, jetzt hat mir auch ein Block gefehlt. Hey. War nicht, wirst du... Auch schon gemerkt, da war Gold drin. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie so ein Troll. Ja, irgendwie schon. Oh, du hast geschafft. Du musst nur noch darunter springen, Bamtod. Nein. Bamtod. Nein. Ihr macht das hier die ganze Zeit im Game mit ihr loppen. Ja, stimmt. Wo sollen wir die Fremden hin? Oh, äh, hab's geschafft. TP. Uuuh. 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 Ich bin auch entweder auf dem Strich oder irgendwo anders. Alter, auf dem Strich. Uuuh. Ja. Ey, das Gerät... Uuuh. Feinde Schellen, siehst du Jumping. Ey, Armin, was glaubst du, wenn doch so viele Minecrafts drin waren hinten in der Kiste? Das soll man hier die ganze Zeit verrecht, dass man immer wieder hinfahren kann. Oha, stimmt. Bist du irgendwann merkst? Uuuh. 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 Das war nur eine Farge. Das schafft man noch gar nicht. Ja. Mir fehlen die ein oder zwei Blöcke. Das ist eigentlich voll die Farge. Ganz ehrlich? Was? Komm mal zu mir. Ich bin bei dir. Und schaltet euer Game Mode aus. Wir machen jetzt den letzten Versuch. Aber wir pushen ein bisschen. Hihi. 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 Okay. Das muss jetzt so schaffen sein. Jetzt springen wir drüber. Uuuh. Ich hab's trotzdem nicht geschafft. Ey, sogar mit ein bisschen Push hat das nicht funktioniert. Scheiße. Das ist eine Farce, Mann. Da. Echt. Der macht sich bei mir unbeliebt. Ich hab den noch gemocht. Diesen Map-Builder. Die Map-Builder. Ja, genau. Die. Ja. Probus. 222. Dito. 64. Und Crazy Kille. Dito. Das hab ich bestimmt von diesem Crazy Typen, Alter. Ohne Witz. Dann. Bis zum nächsten Mal. Wenn's ihr da ist. Letzte Weile. Ciao, Leute. Ciao. Warum bin ich nicht tot, tschö? Warum bin ich nicht tot, tschö? Haha.